So Jungs, ich bin auf meinem Volkswerk, heute Freitag, absolutes Geheimtraining, hier sogar die Schotten sind zugezogen in der Rau, ich konnte nicht mal in Ruhe rein, in hellen Kaffee trinken, aber das macht ja nix, Geheimtraining hin, Geheimtraining her. Wenn er das Ding gewinnt, hat er das richtig gemacht. Und wenn er das nicht gewinnt oder rumeiert und rummacht, dann hat er die Arschkerle jetzt gezogen und nichts anderes. Aber ich habe mir jetzt etwas überlegt, ich hole mal eine Drohne wieder aus dem Keller, so ist das ja scheiße. Ich habe ja keine Ahnung, wie die Leute spielen und in welchem Zusammenspiel und so, das muss ich sehen, aber es war es verseitig. Er macht sein Geheimtraining, ist doch wunderbar, ist doch schön, wenn er das kann, ist das gut. So sehe ich das, auf Schlage viel Erfolg, Jungs. Ich habe 2-1 getippt und da wollen wir mal sehen, was ihr da draus macht. Reiß euch den Arsch auf hier mal, sonst sind die Punkte gegen Stuttgart nix, alles klar, tschüssi. Reiß euch den Arsch... Vielen Dank.